Hey Leute und herzlich willkommen bei Afrikosenklang. Ich bin Anne und ich erzähle euch heute, was ich aus Japan vermisse. Und zwar explizit im Frühling. Das Ganze wird übrigens eine vierteilige Videoreihe, das heißt ich werde das über die anderen Jahreszeiten auch noch machen. Falls euch das interessiert, dann vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die anderen Videos auch mitbekommt. Es war gar nicht so einfach, das Gefühl des Frühlings in Japan greifbar zu machen und wirklich zu benennen, was ich eigentlich vermisse. Am Ende habe ich es aber geschafft, das Ganze auf vier Dinge runterzubrechen. Das Zelebrieren des Frühlings. In Japan hat die Natur einen viel höheren Stellenwert, als das der Fall in vielen westlichen Kulturen ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weswegen auch das Erwachen des Frühlings, also das Erwachen der Natur, viel mehr wertgeschätzt wird. Nicht umsonst gibt es das Wort Hanami. Das bedeutet, wortwörtlich eigentlich wirklich nur Blumen schauen. Im übertragenen Sinne kann es natürlich auch sowas bedeuten, wie das Genießen der Blütenpracht im Frühling, sage ich jetzt mal ganz frei. Und das macht man in Japan meistens mit einem Hanami-Picknick, also einem Picknick mit Freunden unter den Kirschblütenbäumen. Neben der Kirschblüte gibt es aber noch viele andere Blumen und Blüten, die im Frühling in Japan regelrecht zelebriert werden. Die Flammenblüte zum Beispiel ist sehr hoch im Kurs, aber ich habe auch gehört, dass mittlerweile sogar die Pfirsichblüte sehr beliebt ist. Und während meines Auslandsjahres in Japan war ich auf einem Fest, das Shiba Sakura Festival, das eigentlich nur dazu da war, um riesige Wiesen an Blüten zu genießen, die in allen Pink-Schattierungen geblüht haben. Und dann gab es eine schöne Aussicht auf den Fuji mit diesen ganzen pinken Wiesen im Vordergrund. Und irgendwie, finde ich, fehlt mir diese Art des gemeinsamen Zelebrierens des Frühlings in Deutschland komplett. Oder es geht irgendwie an mir vorbei. Dann belehrt mich bitte eines Besseren. Sakura alles. Man könnte jetzt denken, dass ich in diesem Punkt vieles aus dem ersten Punkt aufgreife, aber hier dreht sich alles um Essen. Und zwar mag ich Kirschgeschmack so gar nicht. Also, ich esse keine Kirschen und auch keinen Kuchen, wo Kirschen drin sind oder sonstige Sachen, die nach Kirsch schmecken, Kirschpudding, Kirscheis. Das geht bei mir einfach alles gar nicht. Es kann daran liegen, dass ich in meiner Kindheit viele Erlebnisse mit Kirschen und Würmern hatte. Anyway, was ich aber liebe, ist Kirschblütengeschmack. Ich muss dazu sagen, ich war damals in Japan sehr skeptisch, diese ganzen Sakura, also Kirschblüten, Sachen zu probieren, weil ich Angst hatte, dass es mir zu sehr nach Kirsche schmecken wird. Aber ich war sehr, sehr positiv überrascht. Für mich schmeckt Sakura so, als würde man das Gute aus dem Kirschgeschmack nehmen und ganz dezent machen und dann einen ganz weichen Geschmack oben drüber legen. Das kann ich jetzt auch nicht viel besser beschreiben, als das, was ihr gerade gehört habt, weil es für mich einfach nichts gibt, was genau so schmeckt. Was ich auch total liebe, sind dann die ganzen Sakura-Sachen, so ein bisschen salzig eingelegt. Also es gibt so in Salz eingelegte Kirschblütenblätter oder ganz Kirschblüten, die dann in bestimmten Sachen mit drin sind oder obendrauf sind. Das hat so ein bisschen was von Umeboshi, falls ihr das kennt, auch total gut. Tja, und ich konnte einfach nicht genug bekommen während meinem Auslandsjahr und habe einfach alles gegessen, wo Sakura drin war und alle Getränke und jedes Essen einfach probiert. Aber wie ihr wisst, ist diese Art von Geschmack in Deutschland einfach nicht existent. Die Temperaturen. Was ich auch mega vermisse, gerade im Frühling in Deutschland 2021, sind die schönen und angenehmen Temperaturen im Frühling in Japan. Es ist in Japan im Frühling noch nicht so krass warm wie im Sommer und auch noch nicht so luftfeucht vor allen Dingen. Es ist eher wie so ein milder deutscher Sommer und das den ganzen Frühling lang. Ich liebe das total. Und tja, ich meine, ihr wisst, wie das Wetter in Deutschland im Frühling so ist. Ichigogari. Während die vorherigen Punkte relativ allgemein waren, ist dieser Punkt jetzt sehr spezifisch. Und zwar vermisse ich aus Japan Ichigogari. Was ist das? Kurz gesagt, Erdbeeren pflücken. Allerdings ist das in Japan ganz anders, als es in Deutschland ist. Während man in Deutschland eben zum Erdbeeren pflücken hingeht und die Erdbeeren damit nach Hause nimmt und einen Kuchen oder sonstiges Essen daraus macht, ist das Ganze in Japan eher ein All-You-Can-Eat-Event. Und das Wichtigste ist, dass man das mit einer Gruppe zusammen macht. Und das hat dann einen ganz anderen Spaßfaktor, als das hier in Deutschland der Fall ist, wo man dann eher alleine oder vielleicht noch zu zweit dahin geht und sich dann die Erdbeeren mitnimmt. Ich habe zum Ichigogari auch mal ein Video gemacht, beziehungsweise habe ich damals in meinem Auslandsjahr gevloggt. Das Video ist hier oben verlinkt. Ein Funfact an der Stelle noch am Ende. Auf Japanisch heißt Erdbeeren pflücken, wie erwähnt, Ichigogari. Wobei Gadi wortwörtlich eigentlich eher sowas wie Jagd bedeutet. Weshalb einer der Japaner, mit dem wir damals beim Erdbeeren pflücken waren, das Ganze mit Strawberry Hunting, also Erdbeerenjagen, übersetzt hat. Was in unserer Gruppe damals schon den einen oder anderen Lacher hervorgebracht hat, was er aber gar nicht verstehen konnte, da es auf Japanisch ja eben genau das heißt. Tja, es wird nie langweilig, wenn mehrere Sprachen aufeinander kommen. Seid ihr schon mal im Frühling in Japan gewesen und falls ja, was vermisst ihr aus dem Frühling in Japan? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin da immer fleißig am Mitdiskutieren und Antworten. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.